Jonathan, was hast du getan? Es gibt kein Entkommen für dich. Die hohe Kammer will deinen Kopf. Sag mir, was du willst. Freies Geleit. Ich kann dir nicht helfen. Glauben Sie, dass ihm die Flucht gelingt? Auf seinen Kopf sind 14 Millionen Dollar ausgesetzt. Und jeder in der Stadt will etwas davon haben. Die Chancen stehen 50-50. Doc, noch fünf Sekunden. John Wick, Ex-Kommunikation, tritt in Kraft in drei... ...zwei. Eins. Und das Spiel beginnt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sophia, wir stürmen da nicht einfach rein, so wie früher. Wir wollen uns nur unterhalten. Das wäre das erste Mal, dass du dich nur unterhalten willst, Johnny. Das wäre das erste Mal, dass du dich nur unterhalten kannst.